Die Würdigkeiten dieser Welt sind um einen Film reicher geworden. Taras Bulba. Im Donner der Hufe von 10.000 Pferden lebt die wilde, brutale Zeit der Kosakenhorden wieder auf. Über die weiten Steppen der Ukraine halt ihr furchtbarer Schlachtruf. Kapurosti! Tod den Ungläubigen, den Türken und den Polen. Die mächtigen Heere prallen aufeinander. In blutigem Kampf, Mann gegen Mann, stürzen sich die Kosaken, ihrer Bruderschaft bis zum Tode verschworen, mit verbissener Wut auf ihre Feinde. Ich hab tapfer gekämpft, Kosak. Wie nennt ihr euch? Ihr stellt bewaffnete Wachen hinter meinem Rücken auf. Ha! Euer Name? Taras Bulba. Oberst der Umansky-Kosaken. Ein See. Ein See ist genauso gut wie ein Brunnenvater. Die Legenden der Jahrhunderte sind um eine zarte Liebesgeschichte reicher. Ich liebe dich, André. Ich werde dich immer lieben. Das weißt du doch. Ich liebe dich. Aber ich kann nicht zugeben, dass du dich gegen dein eigenes Volk wendest. Das kann ich nicht, André. Die Kosaken wollen kämpfen. Und du bist ein Kosak, André. Ich bin ein Mann, ob ich ein Kosak bin oder nicht. Du darfst nicht zum Verräter werden. Ich will dich nicht umbringen, Kosak. Aber ich werde dafür sorgen, dass du kein polnisches Mädchen mehr anrührst, solange du lebst. Aber ich werde dafür sorgen, dass du nicht mehr anrührst, solange du lebst. Ein Film der Sehenswürdigkeiten. Eine Sehenswürdigkeit unter den Filmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017